Und damit herzlich willkommen zurück zu Psychonauts 2. Ja, wir sind ein bisschen in der Erkundungsphase hier. Ich hoffe, dass es für euch einigermaßen okay ist. Ich meine, es ist ja schön und gut immer schön, wie es ist, Progress zu schieben und wie auch immer. Aber ich finde auch mal so ein bisschen Erkunden ist auch nicht verkehrt. Wir haben eine nicht explodierte Bombe. Zündkapsel Becky hat sich an dem Bergbauunternehmen irgendwas gemacht. Und das werden wir mal schauen. Wie gesagt, das wird jetzt noch ein bisschen länger so sein, glaube ich, dass wir ein bisschen hin und her laufen, ein bisschen suchen. Naja, auf jeden Fall haben wir eine nicht explodierte Bombe. Zündkapsel Becky hat sich an dem Bergbauunternehmen, von dem sie betrogen wurde, gerecht, indem sie Sprengfallen in den Mähnen legte. Gehe daher auf keinen Fall in die Stollen am Rand des Steinbruchs. Sollte jedoch eine ihrer Bomben aus der Mine herausfallen, während du zufällig dann vorbeigehst, dann bring sie vorsichtig hierher zurück, damit wir sie entsorgen können. Siehste? Siehste, es hat alles den Grund, warum wir hier den ganzen Mist machen. Und Okay, hallo Ziege. Wow. Bisschen ruckel die Buckel gerade. Ich weiß nicht genau, also wir suchen jetzt hier nichts. Also, weil ich persönlich gerade hier überhaupt nichts suche, sondern einfach nur erforsche. Ähm. Ich weiß nicht. Ich will... Oh, the question of area. Wir sind da, wo wir hinwollten. Ah. Ich hab letzte Folge schon gesucht. Guten Tag. War das ein Stein? Hat die uns einen Stein an den Kopf geworfen? Hm. Fragwürdiges Gebiet. Karte verfügbar. Fragezeichen. Warum Fragezeichen? Ja, da haben wir auf jeden Fall eine schöne Karte. Ähm. Bevor wir uns an die Karte orientieren, weil die uns eh nicht wirklich Orientierung bringt, schauen wir uns mal um. Ähm. Ich weiß, dass das, glaube ich, eher eine B-Ecke ist, sag ich mal. Also, die Story wird hier nicht vorangetrieben. Das sag ich euch jetzt schon mal. Ähm. Aber nur, weil ich das rate. Das ist nichts, das ich weiß oder wie auch immer. Ich denke mir nur, dass die Aquators, weil die ja auch in den optionalen Bereich sind, ähm, erst einmal die Story nicht weiterbringen. Wir wollen ja fortreparieren. Willkommen in der questionable Bereich, wo die einzige Antwort ist, mehr Fragen. Was ist mit all den Fragen? Habe ich mich gerade auch schon gefragt. Äh, äh, ja. Wir wollen ja fort eigentlich zusammensetzen, ähm. Und ich glaube, dass die, äh, Aquators uns da nicht allzu sehr helfen können. Aber, ja, es ist halt ein, eine Art, äh, Open-World-Spiel. Und das wusstet ihr, als ihr euch eingelassen habt. Darauf eingelassen habt. Und deswegen finde ich das auch mehr als gerechtfertigt, dass wir uns hier mal umschauen. Da ist eine Ziege. Ich habe die Ziege gesehen. Wenn ich jetzt beruhig bin, dann bin ich jetzt beruhig. Oh, Berlian-Charlotte, danke dir. Sind das die Aquare, die ich gefragt habe? Ja? Nein. Nein, sie können nicht sein, oder? Nein, weil ich gefragt habe, die Aquare, die zerforscht wurden. Nichts? Oh, Mann-O-Wann. Oh, Mann-O-Wann. Jetzt, probiere es wieder. Aber diese Zeit, think about personal commitment and delivering excellence every day. All right? Sorry, du hattest das sehen, Raz. Nicht sehr sympathisch. Genau so reagiere ich gerade auch. Ich dachte so, oh, voll rum, also romantisch jetzt nicht, aber so idyllisch, wie sie da mit dem Kind, auch mit den Tieren zusammensitzt. Und alles. Und dann sowas. Ich will ja gerne wissen, wie man da durchkommt. Ähm, ja, okay. Sam, das machen wir dann so. Ähm, ich hab ein paar Fragen zu Pfannkuchen. Anscheinend. Also, ähm, warum hast du nicht einfach in der Cafeteria Pfannkuchen bestellt? Warum hast du einfach nur ein paar Pfannkuchen in der Cafeteria gefordert? Agent Oleander hat mir keinen Geld gegeben. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Ressourcenheit testen habe. Geld? Wir bekommen Geld. Äh, wo hast du denn gelernt, Pfannkuchen zu machen? Wo hast du gelernt, wie Pfannkuchen zu machen? Präsenz. Warte, was habe ich gesagt? Ich habe meine Mutter gesagt. Ah, okay. Natürlich nicht im Gefängnis. Keine Probleme. Kann ich einen Pfannkuchen haben? Kann ich einen Pfannkuchen haben? Du kannst einen, die auf dem Boden fallen. Das ist sehr nett von dir. Was ist deine Ressourcen? Nur die Basis. Du weißt, Ecken, Milchflut. Ich habe die meisten hier gefunden, mit ein paar kurzer Substitutionen. Äh, okay. Ziegenmilch. Äh, wo hast du die Milch her? Wo hast du die Milch? Von den Göttern? Oh, ja. Ja, das wäre es einfacher gewesen. Hey, du hast uns näher gefangen, Fran. Was? Was bitte? Ähm. Äh, du hast Eier genommen, die du hier gefunden hast? Alte Eier? Äh, du hast Eier benutzt, die du hier gefunden hast? Alte Eier? Äh, du hast Eier benutzt, die du hier gefunden hast, die du hier gefunden hast, die du hier gefunden hast. Von Schneck. Eier ist Eier. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich meine, Vogelmilch darüber, das, das, das sehe ich nicht. Weil, ja, Biologie und so. Aber Schlangeneier und Hühnereier weiß ich tatsächlich nicht. Naja, waren die Zutaten hier nicht schon alle ziemlich alt? Guck, du kannst nicht die Zutaten zu sehr ernst nehmen, sie sind nur die Zutaten, die sich von Laufsuchen beschädigt. Und sie beschädigt uns von, wie, Führungspotenzierung? Ups, niemand ist sick von meinen Pancakes, wenn man sich mal die ganzen Trockenprodukte anschaut, also Reis, Nudeln und so, egal, weißt du Bescheid, dass, äh, da sind halt wirklich Verfallsdaten eher unnötig, wenn du mich fragst. Naja, ähm, was denn für Ersatzlösungen? Welche Art von Substitutionen? Wenn ich dir gesagt habe, es würde die Verstandesflüsse kompromisieren. Ist das nicht nur straight up Dirt? Für die Umami. Ich bin aus Pancake-Fraktion. Gut, weil ich bin aus Pancake-Punnen. Äh, okay, also was machst du hier draußen, außer halt, fanggucken? Was machst du hier draußen? Well, you know, my internmentor, Coach Morso Oleander? Äh, yeah. Well, this is the first assignment, he gave me. Mission. Get me some Pancakes, so I can think. I think it's supposed to teach me something about the many layers of the mind. Maybe. I know the butter stands for lateral thinking. He got that much. Äh, okay, ganz bestimmt. Also, ähm, machst du dir Sorgen wegen Maligula? Wolltest du dir Sorgen wegen Maligula? Raz, Maligula ist die ähnliche Geschichte. Mein Vater hat sie verletzt, indem sie eine Elefant-Stampede trugieren. Was? Ich habe nie gehört über sie. Du glaubst, die offizielle Geschichte, oder? Äh, ja. Ja, glaub mir. Also, wolltest du eigentlich schon immer Psychonautin werden? Astronautin, genau. Wow. Nisch. So, have you always wanted to be a Psychonautin, too? Ah, not really. My true dream is to be a Pet-Therapist. Because I'm really good with animals. Ja. Right, guys? Ja, vor allem das Reh sieht so aus, als hätte es richtig Spaß. The time of her life. Eigentlich ist das schön bei deiner Familie. Can I ask you about your family? Why? Because my last name is Bull, and because that's a famous family in the Psy-Community, and you want a network with me, to further your Psy-Karriere? Ja. Go for it. Äh, ich bin ein Freund von deinem Bruder? Ich sag das mal, ich weiß gar nicht. Sehr viel. Ich bin ein Freund von deinem Bruder. Hm. Dein Kopf sieht mir schmerzlich unerbaut. Er muss sein Helm. Hm, hat dein Bruder Dogen den Kopf von jemandem zum Explodieren gebracht? Hat dein Bruder Dogen wirklich jemanden's Kopf explodiert? Nein, niemals. Warte, meinst du jemanden, der es nicht verdient hat? Nein. Ich meine, wie... ...jemanden. Schau. Niemand ist nervig. Ha, bin ich richtig? Ja, ganz bestimmt. Kann jeder aus der Familie Bull mit Tilden reden? Kann jeder in der Bull-Familie mit Tilden reden reden? Die meisten von uns können mit ihnen reden, aber wenige von uns wissen wirklich, wie zu den Tilden hören. Du kennst? Zum Beispiel, ich kann dich hören, deine Augen rollen, Mrs. Thatcher. Mrs. Thatcher. Ein... Ja. Was kannst du mir über Compton-Bee erzählen? Was kannst du mir über Compton-Bee erzählen? Gramps ist nett und alles, aber ehrlich gesagt, er ist ein bisschen weirer. Pfff. 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 Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. Schön. Ein kleines Inuendo, wie es so schön heißt. Nicht mein Pancake? Okay. Ich finde die Pilze, die da rauskommen, sehr schön. Ähm, habt ihr schon, also... Ja, 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 ja. Ja. Irgendwann werden wir da noch durchkommen. Ist jetzt nicht die Zeit, ähm, aber schönes kleines Inuendo hier. Ich glaube, meine Familie hat entschieden, wo wir den Aquatodome aufsetzen. Alles klar. Ähm, ja, ich wollte eigentlich fragen, ob die da schon irgendwelche Pancakes, äh, die, die runtergefallen sind. Aber ich glaube, bisher war es noch nicht der Fall. So, ich spring mal hier hoch, einfach nur um zu gucken, was da ist. Ich habe auf den ersten Blick nämlich jetzt nichts gesehen, außer halt... Ja, das wollte ich gar nicht. Äh, so. Und, äh, ich muss immer ein bisschen die, äh... Ja, also hier ist, hier ist einfach mal nichts. Schade. Autsch. Das war Trug. Okay. Ticket-Info? Alles klar. Ähm, da ist eine Höhle. Na, haha. Zeig mir die Höhle. Wo geht es lang? Ja, Leute, das, äh, das ist, das, 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 was. Das Dynamit. Wird man das gerne benutzen. Ähm, naja. Äh, ich glaube, ich gehe einfach mal direkt hier rein, bevor wir jetzt die ganze Zeit nur rumlaufen und nichts haben. Ich glaube, das ist die Best Schnibble Area. Der Eingang. Hier können wir Tickets kaufen. Hallo? Hm. Okay, dann, äh, ist ja nicht abgesperrt, ne? Ist der... Ich glaube, der Wasserfall ist falsch rum. Naja. Ich glaube, das ist schon richtig so. Hui. Auf zu den Campgrounds. Schauen wir mal. Campgrounds. Äh, hier ist Musik. Regeln. Mhm. Ich muss es leider machen. Ich muss es leider machen. Ja, später. Ich muss erst mal... Was haben wir denn da oben? Irgendwas. Moin. Creepy. There you are. Aw, man. You found my perfect dancing place. Ja, mit der... Lauten Musik. You ruined it. Ah, Mom's looking for you. Woher weiß ich das? Naja, wir haben Creepy gefunden. Wo ist ein bisschen Pflanze. Ja. Und, äh... Sehr schnell. Ich glaube tatsächlich, dass es auch noch eine Fähigkeit fehlt, dass wir Sachen verlangsamen können. Deswegen, einerseits, ich möchte gerne hier alles erkunden. Andererseits denke ich mir, wir haben jetzt schon zwei Möglichkeiten gefunden, wo wir Fähigkeiten brauchen. Offensichtlich brauchen die uns noch fehlen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt hier noch weiter suchen sollten oder nicht. Ja, ich glaube, wir müssen da mit der anderen Seite ran. Ähm, ich gehe nochmal in diese Höhle rein und dann machen wir uns, glaube ich, auch auf dem Weg wieder zurück und machen, äh... Ja, wir haben ja die Psycho-Isolationskammer auch schon gefunden, wo wir halt einen Teil von Ford finden werden. Ah, okay, eine Yeti-Höhle. Schon cool. Und ich weiß, wenn man durch so einen, äh... Es ist das sehr offensichtlich, eine Führung hier, da dürfen man... Da darf man natürlich nicht über diese, äh, Absperrungen springen. Cesklops is real. Wir haben Self-Portray gefunden. Und natürlich Kacke. Kacke ist immer ein sehr wichtiger Indikator dafür. Okay, das hat nicht so gut geklappt, wie er hofft. So, und wir haben auch wieder Musik gehört, für den, der richtig gerade gehört hat. Hey, was ist hier? Okay, Nessie gegen den, äh, gegen Yeti. Wer würde gewinnen? Anscheinend, äh... Hier haben wir ein geheims, geheimnis Gelager gefunden. Aha. Tim, in den Münzen. Und natürlich... Ein Level-Up. Ein Level-Up. Würde ich auch sagen. Das, äh, lassen wir mal nicht hier. Nehmen wir mit. Und da haben wir auch schon die, die Yeti-Führung hinter uns gebracht, glaube ich. Der Yeti ist nämlich... See you next time. Ciao. Ich beginne, zu sehen, warum diese unbequemalte Farbe aus dem Geschäft ging. Das kann man sich irgendwie denken, oder? Hi. Some local radio station. I have no idea, where it coming from. Oh nein. Oh, can I listen to it with you? No. Ah, Creepy, der will auch wirklich nicht mit uns was zu tun haben, ne? Oh. Ähm, ja, ja. Wir schauen mal, ob ich hier wegkomme. Ich wollte ja wieder zurückgehen, und zwar zur Psychoisolation, bevor wir uns hier noch weiter alles anschauen. Obwohl, ne, jetzt sind wir zu Hause. Hallo, Mama. Papa? Bruder, Schwester? Mama. Es stimmt. Hm, der ist falsch rum. Upside-down? Stay away from it. No water. Too late, Nona. It has already watered the flower of inspiration in my heart and blossomed in two. Guess what I called it. Guess. The upside-down waterfall? The devil's fire hose. Let's show our runaway how we do it, everybody. Creepy on the bottom. Okay. Wie viel kann das? Hier macht seinen Nacken ein bisschen... Das muss man erst mal machen. Das muss man erst mal machen. No psychic flourishes. I told you... We are acrobats. We don't do parlor tricks. Guys? Why not a little above? Pops. Oh, kretingo. Und alles gut. You guys! Oh, shush! This is why we taught you how to fall as babies. It's no use. We need the Aquatodon. I'm on it. Help him out, would you, Putti? He's had to take on so much extra work, since you abandoned your family and broke our hearts. That's a good boy. Ja, kein Druck. Kein Druck. If there's one thing, the Aquatodon know how to do, it's making themselves at home. Anywhere. Okay. Also, ich wollte hier eigentlich zurückgehen, aber dass wir plötzlich hier waren, ist jetzt auch komisch. Und ich glaube, jetzt müssen wir den Aquatodom auch fertig machen. Machen wir in der nächsten Folge, nachdem wir uns hier mal ein bisschen umgeschickt haben. geschehen haben. Und, äh, ich mach mal hier Lagerfeuer an. Ja, okay. Ich muss es nochmal probieren. Okay, warte, warte, warte. So, gucke mal. Da wieht doch ein Schuh raus. Aha. Ich wusste, dass wir es schaffen. Wunderbärchen. Oh, da ist noch ein Schlüssel. Ähm. Ich kann ja jetzt nicht immer weiter machen. Auf jeden Fall. Erfolge zu Ende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Und bis dann. Ciao. Oh, okay. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.